Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 11398 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ein Geschenk kann motivieren, Ziele zu erreichen. Ein Geschenk kann motivieren, Ziele zu erreichen. Ich bin mit meiner Mutter und meiner kleinen Schwester im Supermarkt. Ich bin mit meiner Mutter und meiner kleinen Schwester im Supermarkt. Bananen schmecken nicht nur gut, sie enthalten auch viel Kalium. Das ist gut für die Muskeln. Bananen schmecken nicht nur gut, sie enthalten auch viel Kalium. Das ist gut für die Muskeln. Bananen schmecken nicht nur gut, sie enthalten auch viel Kalium. Das ist gut für die Muskeln. Hast du den roten Föhn in den Koffer gepackt? Hast du den roten Föhn in den Koffer gepackt? Bei der Konzeption meiner Texte lege ich Wert darauf, die gelernten Wörter in realistischen Kontexten anzuwenden. Es ist sehr anstrengend, 10 Kilometer durch trockenen Sand zu laufen. Deine Mütze ist fast fertig. Morgen kannst du sie abholen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.